So schnell auch wieder, nicht? Und damit, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem 14. Spieltag. Wir empfangen am Freitag um 18.30 Uhr die Eintracht aus Braunschweig. 55.000 Tickets sind verkauft. Der Heimbereich ist quasi ausverkauft. Bei mir ist unser Cheftrainer Tim Walter. Und damit ist jetzt Zeit für Ihre, eure Fragen. Bitte um ein kurzes Handzeichen. Moin Rasmus. Achso. Schlecht. Maximilian Bronner, mach den Anfang. Mensch Rasmus. Moin Herr Walter. Moin, hi. Vielleicht können Sie zum Anfang mal so ein kleines Personalupdate geben. Schonlau und Van der Bremsen heute wieder individuell mit Ball auf dem Platz. Wie sieht es bei den beiden aus? Ja, es ist schön, dass sie zumindest mal wieder am Ball sind. Dass sie Fortschritte machen. Und den Rest müssen wir einfach abwarten. Ja, ist ja nicht so oder nicht damit getan, wenn sie dann das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren oder dann das erste Mal auch wieder spielen, dass man die 100 Prozent erwarten kann. Sondern die brauchen einfach dann auch noch ihre Zeit. Und die werden wir ihnen geben, weil das auch unsere Pflicht ist, auf die Gesundheit der Jungs zu achten, zusammen mit dem medizinischen Team. Ansonsten, was haben wir noch? Soll ich was anderes oder nur die zwei? Ja. Ludo Reis, wie bekannt. Ja, aber macht auch er, macht auch Fortschritte. Ansi Suhonen ist im Kraftraum. Ich hoffe, dass der in den nächsten zwei, drei Wochen auch wieder auf dem Platz ist. Und die Restlichen sind ja alle größtenteils wieder genesen, waren ja auch alle schon wieder auf dem Platz. Und wir haben aber auch noch bis zum Spiel dann zwei Tage. Von daher haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Kai-Uwe Hesse für die BILD-Zeitung. Dann würde ich da nochmal zur Präzisierung nachfragen. Denken Sie, dass Van der Bremd für St. Pauli was werden kann, gesundheitlich? Und gut, Ramos ist ja klar, das sieht ja gut aus. Und Ambrosius hat ja auch mit der Mannschaft trainiert. Denken Sie, dass das für dieses Wochenende schon funktioniert oder Freitag? Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass wir das bis dahin hinkriegen. Ansonsten, Wahlung kommt morgen wieder zurück. Dann haben wir ja Louis Seifer die ganze Zeit dabei gehabt. Dann gibt es die Option, mit drei zu agieren. Da ist ja dann auch Moritz als Innenverteidiger sozusagen noch eine Option. Und das haben wir ja teilweise auch schon ausprobiert, auch in der Länderspielpause. Von daher, es gibt viele Optionen, wie ich taktische Anordnungen formen kann. Aber entscheidend ist natürlich, dass ich die dann auch mit Leben ausfülle. Ja, aber Optionen gibt es da mit Sicherheit. Und Stefan ist mit Sicherheit auch dann eine Option. Ja, und was war die andere Frage, bitte? Ah, Injas, ja. Injas ist mit Sicherheit eine Option. Ob er dann aber schon voll einsatzfähig sein wird, das bleibt noch in der Schwebe. Gibt es noch weitere Fragen? Tim Meinkel für die Hamburger Morgenpost. Moin, Herr Walter. Moin. Ihre Mannschaft hat sich in dieser Saison, würde ich sagen, nicht gegen alle, aber gegen einige Mannschaften aus der unteren Tabellenregion schon schwer getan. Jetzt kommt mit Braunschweig wieder so ein Gegner, aktuell Tabellenvorletzter. Warum sollte der HSV trotzdem gewarnt sein? Ja, weil wir gewarnt sind. Ganz einfach, ja. Sie sagen es ja selber. Wir haben vielleicht gegen vermeintlich kleinere Mannschaften dann eher auch auswärts nicht immer unsere besten Tage gehabt. Aber genau darum geht es ja auch. Wir sind gewarnt. Wir wissen, dass trotzdem, dass wir sechs Spiele in Folge zu Hause gewonnen haben, es kein Selbstläufer ist. Wir nehmen jeden Gegner ernst. Ja, und das versuchen wir auch am Wochenende wieder zu tun. Der Gegner hat mit Sicherheit durch den neuen Trainer etwas aufwinden. Die haben gewonnen, haben jetzt auch ein Testspiel gewonnen. Von daher bleiben sie immer gefährlich. Die haben zwar wenig Ballbesitzer, aber haben immer alle Umschaltmomente. Und über Standard kann auch jedes Team gefährlich sein. Das ist einfach zweite Liga. Ich denke, dass jeder auch Europameisterschaftsqualität gesehen hat. Ja, und da gibt es einfach keine kleinen Mannschaften mehr. Und das ist in der zweiten Liga gang und gäbe. Das ist ja auch die beste zweite Liga aller Zeiten. Von daher, das sehen wir jede Woche. Und dessen sind wir uns bewusst. Und darum nehmen wir auch jedes Spiel ernst. Und ich glaube, meine Jungs tun das, weil ich es versuche, ihnen vorzuleben. Christine Kramer für Sat.1 Regional. Sechs Heimspiele, sechs Siege, sechsmal quasi ausverkauft. Wie groß ist die Vorfreude auf das Abendspiel jetzt gegen Braunschweig? Ja, Freitagabend. Wir freuen uns, nach der Länderspielpause endlich wieder zu Hause ranzudürfen. Ja, aber auch vor allem drei Punkte zu holen. Ja, das ist unser großes Ziel. Egal gegen wen. Wir haben jetzt noch drei Wochen oder vier Wochen bis zur Winterpause. Das sind fünf geile Spiele. Und jetzt kommt das nächste geile Spiel. Und das versuchen wir am Freitagabend zu gewinnen. Markus Jürgensen für Sky. Nach der Niederlage gegen Kiel waren ja überall kritische Töne zu hören von Ihnen, von Jonas Bolt, von Ihrer Mannschaft. War so eine etwas angespannte Lage, würde ich es vielleicht mal sagen. Haben Sie diese Kritik an dem Gesamtkonstrukt irgendwie verstanden, dass dann kam, dass Ihre Mannschaft was abgekommen hat, dass Sie und alle so ein bisschen im Wind standen? Ja, es ist normal, wenn der HSV verliert, dass immer Kritik aufkommt. Ich kenne es jetzt schon eine Weile. Von daher bin ich es gewohnt. Aber entscheidend ist, wie die Kritik intern ist. Und wir in der Mannschaft, wir haben eine Diskussionskultur. Die Jungs sind sehr, sehr offen dafür. Das ist kein Monolog, sondern Dialog. Wir gehen sehr hart mit uns dann auch ins Gericht. Ja, und dabei soll es dann auch bleiben, dass wir es intern belassen. Und diese Dinge, die wir besser machen müssen und besser machen wollen, die haben wir intern besprochen. Die Jungs müssen mehr Verantwortung übernehmen. Ja, und das ist wichtig. Ich bin der Hauptverantwortliche, aber die Jungs haben auch Verantwortung. Ja, und die Jungs können es dann auf dem Platz zeigen und ich versuche, ihnen den Weg zu ebnen. Ja, und da sind wir trotzdem auf einem guten Weg. Aber wichtig ist, dass wir intern schon die Köpfe zusammenstecken und da auch heiß diskutieren. Ja. Das haben Sie tatsächlich uns ja nicht zum ersten Mal erzählt, dass es diese Kultur gibt, dass die Jungs da ehrlich miteinander irgendwie umgehen und sie den Finger dann auch in die Wunde legen. Nichtsdestotrotz gibt es ja an der einen oder anderen Stelle dann keine wirkliche Veränderung. Was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass bei dieser Aussprache oder bei dieser kritischen Auseinandersetzung dann diesmal auch etwas Zählbares dabei herumkommen? Ja, wir wollen aus jeder Situation lernen. Es ist keine Bergaufbahn, sondern es gibt auch immer wieder Dellen, es gibt immer wieder Wellen, die man auch zu nehmen hat. Und die Jungs sind sich dessen bewusst und darum tun wir das auch. Und vor allem, wir machen es immer zusammen, weil nur zusammen funktioniert es. Ja, mit unseren Fans, mit den Verantwortlichen, mit Jonas, mit Klaus. Ja, und wir sind uns dessen bewusst. Wir haben alle ein Ziel. Das Ziel wollen wir auch erreichen. Ja, dass da nicht immer alles stetig beaufgeht. Das ist auch normal. Wir sind trotzdem Nummer zwei in der Tabelle. Jan-Philipp Gronenberg für die DPA. Moin, Herr Walter. Moin. Sie haben gerade Daniel Scherning als neuen Trainer schon kurz angerissen. Können Sie einmal ein bisschen aufschlüsseln, welche Veränderungen Sie im Spiel von Eintracht Braunschweig unter Ihnen beobachtet haben? Ja, es ist schwierig, jetzt das schon aufzudröseln. Er war ja vorher auch Trainer bei Bielefeld. Da gibt es dann ähnliche Ansatzpunkte. Trotzdem wird sich das Spiel und die Statik des Spiels von Braunschweig jetzt innerhalb von zwei Spielen nicht verändern. Man sieht Ansatzpunkte. Dass wir vielleicht einen Tick probieren, mehr rauszuspielen, dann auf mehr Ballbesitzte auch zu kommen. Trotzdem werden sie eher auf Umschaltmomente gehen und werden versuchen, trotzdem auch über Standards erfolgreich zu sein, wie es eigentlich ganz, ganz viele Mannschaften in der zweiten Liga dann auch tun und vor allem dann auch gegen uns. Aber dessen sind wir uns bewusst und darauf sind wir vorbereitet. Also aber großartig, grundlegende Veränderungen, ich glaube, ist für ihn dann auch schwer. Und es würde ihm dann auch nicht gerecht werden, weil er erst sehr, sehr kurze Zeit da ist. Sebastian Wolf für den Kicker. Immanuel Farai trifft auf seinen Ex-Klub. Man hat das Gefühl, es ruckelt noch so ein bisschen bei ihm. Was fehlt ihm aus Ihrer Sicht? Ist ja immer so, wenn ein Spieler neu irgendwo hinkommt, dass es nicht immer alles glatt läuft. Er hat aber schon definitiv unter Beweis gestellt, was ihn stark macht. Und das ist einfach ein super Tempo-Drippling. Eine Agilität. Es ist mit Sicherheit so, dass er jetzt mehr bei einer Ballbesitzmannschaft spielt als bei einer Umschaltmannschaft. Dessen ist er sich auch bewusst und er will auch jeden Tag lernen. Er hat unfassbares Talent und er bringt sehr, sehr viel mit. Und er hat es schon oft gezeigt. Wir wünschen uns einfach nur noch ein bisschen mehr Konstanz. Aber ich bin unglaublich zufrieden und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ihn haben. Weil es auch Lazi und Lüdo zu Beginn nicht so einfach hatten, glaube ich, dass bei Manu der gleiche Weg sich abzeichnet, weil er einfach auch unglaublich viel Talent hat und das auch immer wieder unter Beweis stellt. Von daher bin ich sehr glücklich, dass wir ihn haben und ich weiß, dass er das auch zeigen wird. Kai-Uwe Hesse für die Bild-Zeitung. Wir haben ja unterschiedliche Phasen in den letzten zwei Wochen gehabt. Nach Kiel hätte man wahrscheinlich in der normalen Woche ohne Länderspiel zwei, drei Tage das alles hart aufgearbeitet. Jetzt waren viele weg. Dann ist das Spiel vielleicht ein bisschen im Hintergrund, weil das neue Spiel ansteht und dazwischen Länderspiele waren. Wie gehen Sie mit Ihren Spielern da um? Haben Sie das nochmal richtig aufgearbeitet oder sagen Sie, neues Spiel, zu Hause haben wir eh keine Probleme? Wie war das bei Ihnen? Das wäre jetzt unsachlich, weil nur daheim alles in einem Abwasch zu erledigen, das würde dem nicht gerecht werden, weil wir haben uns die letzten Spiele, die wir hier gestaltet haben, auch hart erarbeitet. Ja, und es ist wichtig, dass wir immer an unsere Grenzen gehen. Das versuchen wir immer. Ja, und natürlich mit den Jungs, die da waren, haben wir versucht, alles aufzuarbeiten, habe ich ja bereits angesprochen. Und das bleibt auch da, wo es ist. Und zwar in der Kabine und bei den Jungs und bei uns. Und wir haben so ein enges Verhältnis, ja, dass es auch gut ist, dass es da auch bleibt. Ja, und trotzdem natürlich die Jungs, die jetzt dann dazu gestoßen sind. Ja, da versuchen wir jetzt in den kommenden Tagen noch daran zu arbeiten, ja, was uns vielleicht noch nicht so gut gelingt. Auch aufgrund dessen, dass wir gerade in der Defensive vielleicht nicht immer alle an Bord haben, ja, aber in der Offensive natürlich wir viel mehr Möglichkeiten haben. Und das sieht man dann auch teilweise am Ergebnis. Ja, wir sind ja zu Hause oder insgesamt haben wir die Hälfte aller Spiele, haben wir zu Null gestaltet. Ja, das heißt, dass wir teilweise Dinge schon sehr, sehr gut machen. Ja, aber auch aufgrund dessen, wie gesagt, dass wir vielleicht nicht alles immer nur trainieren können, weil uns da viele Spieler dann auch fehlen. Ja, aber in der Offensive wir die Spieler zur Verfügung haben und das besser vielleicht auch umsetzen können. Ja, und das sieht man ja dann letztendlich auch im Ergebnis. Da sind wir mit Hannover, glaube ich, auch die Besten. Ja, und jetzt geht es darum, da anzusetzen, dass wir in beiden Richtungen so gut werden, wie wir es vielleicht schon in der Offensive sind. Und die Jungs sind sehr, sehr gewillt, ja, und wir jammern nicht rum. Ich arbeite mit denen, die wir haben und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir die Jungs, die wir haben, besser machen wollen. Ja, und jetzt versuchen wir das am Wochenende dann auch zu zeigen wieder. Maximilian Bronner für das Abendblatt nochmal. Ich würde noch einmal bei Sebastian Schonlau nachhaken. Es gibt ja immer wieder so, ja, momentan sieht es aus, dass es bergauf geht. Es gab auch schon ein, zwei Rückschläge jetzt, glaube ich. Wie erleben Sie ihn so, wenn Sie mit ihm sprechen, wie ist er mental drauf, wie verarbeitet er gerade diese ganze Phase und können Sie schon sagen, wann er denn wieder richtig dabei ist? Er ist ein erwachsener Mann und er hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, in dem er Profifußball spielt. Ja, von daher kann er das schon einschätzen. Natürlich wäre er lieber auf dem Platz, aber er gibt uns auch außerhalb des Platzes ganz, ganz viel. Er ist immer bei der Mannschaft, er versucht immer mit jedem zu reden und sich einzubringen. Er ist ein absoluter Kapitän, er ist ein tolles Vorbild für junge Spieler. Von daher, das ist schön. Trotzdem, seine eigene Situation wäre ihm schon lieber, wenn er noch häufiger auf dem Platz wäre. Aber ich versuche dann mit ihm zu quatschen, versuche ihn da zu bestärken, dass es mit Sicherheit noch nicht seine letzte Situation im Sport gewesen ist, sondern dass er da dran arbeitet, dass er noch viele, viele Jahre auch hier für den HSV agiert. Und von daher, dann kriegt er auch wieder ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht. Christina Kramer für Sat.1 Regional. Ich gehe mal kurz weg von dem Spiel und wollte fragen, sicher haben Sie doch das Spiel gestern Abend gesehen, der deutschen Nationalmannschaft. Ja, wie haben Sie das erlebt, diese Niederlage? Wo hat es gefehlt? Also grundsätzlich äußere ich nie irgendwas zu irgendwem, was nicht mit dem HSV zu tun hat. Ich kann nur so viel sagen, ich bin Deutscher. Und die Deutschen, die darf man nie abschreiben. Und darum bin ich immer optimistisch, weil Deutschland hat schon sehr, sehr häufig bewiesen, dass sie Situationen auch meistern können. Und ich glaube auch da wieder daran. Tim Meinke für die Mopo. Die Diskussionskultur wurde ja jetzt schon mal angesprochen. Sie haben nach dem Spiel in Kiel relativ deutlich gemacht, dass Ihnen die Positionierung von Robert Glatzel nicht gefallen hat, bis er dann doch zwei Tore gemacht hat. Ist ja jetzt auch kein neues Thema. Haben Sie die Länderspielpause trotzdem nochmal genutzt, um da auch mit ihm gemeinsam in die kritische Analyse zu gehen? Ja, die kritische Analyse, die von außen her betrachtet wird, gibt es bei uns einfach nicht. Ja, weil wir so ein gutes Verhältnis haben und dass da überhaupt gar kein Missverständnis aufkommen können, wenn jemand anderes was sagt außer mir. Von daher, ich habe mit Bobby ein unfassbares Verhältnis. Und er weiß schon, wenn er Dinge gut macht und wenn er Dinge vielleicht nicht ganz so gut macht, er macht sie zu 95 Prozent sehr, sehr gut. Und von daher bin ich total glücklich. Ja, und ich weiß auch sein Vertrauen zu schätzen, genauso wie er mein Vertrauen zu schätzen weiß. Jan Philipp Gronenberg nochmal für die DPA. Ich hätte auch eine Frage zur deutschen Nationalmannschaft, aber ein paar Jahrgänge weiter unten. Bei der U17-WM in Indonesien, Biljane Yatsinkaya macht ja gerade richtig aufmerksam auf sich sein zweites Tor. Wie nehmen Sie seine Leistung auf? Wie nehmen Sie ihn wahr? Und haben Sie ihn eigentlich zu den Treffern gratuliert? Na klar. Ja, wir sind ja auch immer im Austausch. Er ist ja sehr, sehr viel bei uns dabei. Wir fördern den Jungen, aber fordern ihn auch. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende, dass wir ihm versuchen, sportlichen Weg aufzuzeigen. Und wir betrachten das mit großer Freude, wie der Junge agiert, weil er das bei uns im Training natürlich auch schon sehr häufig gezeigt hat. Und von daher freuen wir uns sehr für den Kleinen. Ja, und freuen uns aber auch, wenn er wieder da ist. Drücken ihm die Daumen natürlich weiterhin. Markus Jürgensen, kommt nochmal. Tatsächlich auch nochmal. Auf den Zug aufspringen? Nee, die Kollegin Kramer, die zur Nationalmannschaft... Ich sage ja, auf dem Zug aufspringen. Auf Bieler als Zug? Ja, ist ja auch mit der Nationalmannschaft. Ah, aber mir geht es jetzt um die etwas Älteren. Klar, dass Sie die sportliche, oder haben Sie gesagt, dass Sie die sportliche Leistung nicht wirklich bewerten möchten. Aber Sie haben es ja hier auch geschafft, mit Ihrer Mannschaft in Hamburg über Emotionalität und so wieder so ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen. Stadion immer ausverkauft, irgendwie die Stadt freut sich irgendwie über Ihre Spiele. Es ist ja nun eine Heimeuropameisterschaft. Vielleicht ist es ein Tipp, den Sie aus Ihrem Herzen irgendwie mitgeben könnten, wie man vielleicht denn 24 denn sowas wie so eine Euphorie entfachen könnte. Das ist ja keine sportliche Bewertung Ihrer Seite. Dass alle Deutschen hinter Deutschland stehen. Ja, ja, ja. Ja, aber wie schafft diese Mannschaft das, das meine ich? Wie kann man das machen? Sie haben es ja mit Ihrer Mannschaft geschafft. Positiv zu sein und nicht immer nur negativ. Okay. Gibt es eine noch? Maximilian Bronner macht den Abschluss. Lukas Poreba hat gerade so ein bisschen, ja in Anführungszeichen, das Problem, dass es Jonas Meffert gibt. Also wenn der da ist, ist er eigentlich nicht in der Startelf. Er hat jetzt zuletzt auch zweimal mit ihm gemeinsam auf dem Feld gestanden nach Einwechslung. Wie sehen Sie so, seine Rolle ist er einfach nur der Backup? Oder kann er auch gemeinsam mit Meffert mal von Anfang an spielen oder ein bisschen offensiver? Was meinen Sie? Ja. Jeder meiner Spieler kann von Anfang an auf dem Platz stehen. Von daher, er macht es sehr gut und ich bin sehr froh, dass wir ihn haben. Er entwickelt sich immer weiter. Und er ist vor allem auch wirklich ein Arbeiter, der sich voll in die Mannschaft einbringt. Er ist ein absoluter Teamplayer und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, weil wir nur als Kollektiv auch funktionieren können. Da noch einmal der Kollege, vielleicht einmal Medienumnahmen nennen. Moin, Herr Walter. Ich bin Paul Doner vom Hamburg Journal. Mit Andras Nemeth haben Sie jetzt ja auch einen Nationalspieler, einen ungarischen Nationalspieler, der potenziell auch nächstes Jahr hier EM spielen könnte. Da vielleicht noch ein kurzes Statement zu. Das ist eine gute Frage, wirklich. Wir haben auch mit Lazi Benesch einen, der auch bei der EM spielen könnte. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Erstmal Glückwunsch an die beiden Nationen und an die zwei Jungs, dass sie dabei waren. Ist mit Sicherheit ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ja, und er beflügelt einem auch in der Nationalmannschaftspause. Das können die sehr, sehr gerne mitnehmen für den Freitagabend. Ich drücke beiden die Daumen, dass wir zum einen was zu feiern haben im Mai und die Jungs danach dann auch was zu feiern haben mit ihren Nationen. Wunderbares Schlusswort. Ich sehe keine weiteren Fragen mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Tim. Und wir sehen uns dann spätestens am Freitag hier. Danke, Rasmus. Danke. 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 Danke.